Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 13. Dezember. Im hier vorliegenden Tagesschart, da sehen wir die aktuelle Situation sehr gut. Wir befinden uns aktuell in einem Pullback, nach dem Ausbruch hier aus dem gestrickelten Trendkanal nach unten und konnten hier im Vortag das Tageshoch bei 11.970 Punkten markieren, haben also damit die Marke von 11.000 Punkten knapp verfehlt und nun kommt es eben darauf an, ob wir hier in diesem Bereich wieder nach unten abprallen und dann wieder Kurs nehmen hier auf das Verlaufstief bei unter 11.600 Punkten und dieses dann eventuell ebenfalls nach unten unterschreiten oder ob wir hier nur eine kleine Korrektur nach unten vor uns haben und möglicherweise ein zweites Standbein bilden und dann von hier einen erneuten Angriffsversuch unternehmen auf die Marke von 11.000 Punkten. Generell gilt, solange wir die Marke von 11.000 Punkten nicht nach oben durchbrechen, ist eher davon auszugehen, dass wir nochmal den Bereich von 10.500 Punkten einlaufen, da wo wir auch im Monatschart, wie wir gestern gesehen haben, den unteren Fibonacci-Fäcker haben. Ja, hier haben wir den Monatschart, den ich gerade erwähnt hatte, hier haben wir diesen unteren Fibonacci-Fäcker im Bereich von 10.500 Punkten und wir spekulieren eben darauf, dass der DAX eventuell hier einen Boden bildet und von hier zumindest eine längere Aufwärtsbewegung eventuell starten könnte. Der Fibonacci-Fäcker wurde noch nicht komplett erreicht. Ja, wir hatten das verlaufstief bei 10.585 Punkten gehabt und insofern könnte es noch einen weiteren Rückgang geben hier zum Bereich von 10.500 Punkten und der Index dann von hier wieder nach oben abdrehen. Was sich dann daraus entwickelt, das bleibt dann abzuwarten, ob wir dann nur eine Aufwärtsbewegung haben mit in Folge weiterfallenden Kursen oder ob dann wirklich hier, wie auch in der Vergangenheit oft an diesem Fibonacci-Fäcker dann die Trendwende gelingt und wir dann wieder nach oben abdrehen Richtung 12.000 Punkte. Gut, hier nochmal der Wochenschart mit den Markierungslinien für die laufende Woche. Wir befinden uns hier praktisch am Widerstand hier an dieser roten gestrichelten Markierungslinie bei 11.000 Punkten. Der Index probierte hier nach oben durchzubrechen, das gelang im ersten Anlauf nicht. Wir sind hier praktisch wieder dann im Tageshandel wieder nach unten abgedreht und aktuell ist eben die Frage, brechen wir nach oben durch, dann würde sich Spielraum ergeben im Wochenstart bis 11.350, 11.400 Punkte und gelingt hier der Anstieg nicht, dann würden wir wahrscheinlich zunächst einmal wieder Richtung 10.650 Punkte fallen, dann Richtung 10.500 Punkte, das ist hier nicht eingezeichnet. Die nächste Unterstützung im Wochenstart laut Markierungslinie ist eben diese hellgrüne hier und die befindet sich aktuell bei 10.650 Punkten und darunter würden dann eben 10.380, 10.400 Punkte folgen. Gut, zum Ende gucken wir uns noch eben hier den Tagesschart an mit den Markierungslinien für den heutigen Donnerstag. Der Trend ist weiterhin long, wir haben hier den blauen Kreis weiterhin angezeigt, das hat er sich ja in den vergangenen Tagen dann auch einigermaßen bestätigt. Die Markierungslinien haben sich etwas verschoben, wir befinden uns dann in der dunkelroten bei 11.000 Punkten, in der roten bei 10.950 Punkten, in der hellgrünen bei 10.910 und in der dunkelgrünen dann bei 10.850 Punkten. Die sind dann relativ eng beieinander, das liegt eben daran, weil wir nun mittlerweile auch schon kräftig wieder angestiegen sind, hier seit dem Verlaufstief knapp unter 10.600 Punkten und insofern sieht man wieder, dass hier im Bereich von 10.950 Punkten, 11.000 Punkten, sich ein deutlicherer Widerstand befindet und es eher aktuell ja so aussieht, als wenn hier die Aufwärtskorrektur in diesem Bereich ausläuft und wir dann zunächst einmal wieder nach unten abdrehen, wobei dann die Auffangmarken im Tageshandel eben bei 10.910 und bei 10.850 Punkten liegen. Der Bereich hier um 10.950, 11.000 Punkte ist also aktuell heikel und sollte sich im Tageshandel dann praktisch der Trend drehen, also sollten wir von Blau auf Rot wechseln, dann ist eben eine Vorsicht angebracht, dann würde es wahrscheinlich darauf hindeuten, dass wir vor einer wieder längeren Abwärtsbewegung stehen und dann könnte man hier eben Short-Möglichkeiten ausloten und diese eben über 11.000 Punkten absichern. Gut, dann wären wir für heute wieder durch. Die wichtigen Marken sind eben 11.000 Punkte nach oben. Unter 11.000 Punkten ist eher damit zu rechnen, dass der Index weiter fällt und nach unten befindet sich die wichtige Marke bei 10.500 Punkten am Fibonacci-Faker und da besteht eben die Möglichkeit, dass wir wieder nach oben abdrehen und dort einen vielleicht langfristigen Boden bilden können. Viel Erfolg im Handel und bis morgen.